Was ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Einige von euch haben ja vielleicht schon mal mitbekommen, dass es hier und da solche Studien gibt, welcher Film denn jetzt die Leute am allermeisten gegruselt hat. Aber ich dachte mir, ich befrage einfach mal euch. Aus über 400 Kommentaren habe ich herausgesucht, welchen Film ihr am gruseligsten findet und natürlich möchte ich jetzt live darauf kommentieren. Ganz oben scheint bei einigen von euch The Blair Witch Project zu stehen. Da habe ich einige Kommentare bekommen, wie zum Beispiel hier Nichts ist gruseliger als das, was man sich vorstellt. Was man im Kopf sieht, kann Hollywood niemals auf die Leinwand bannen. Und ich habe euch ja schon ein ganz umfangreiches Video zu The Blair Witch Project gemacht, wo ich die ganze Geschichte zusammengefasst habe, alle Hintergründe und so weiter. Und ich muss sagen, das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, denn The Blair Witch Project hat auch in meinem Herzen einen großen Platz. Ich kann verstehen, dass diese Meinung etwas kontrovers ist, aber ich finde den Film auch sehr atmosphärisch, sehr gruselig. Vor allem damals hat er natürlich für das Found-Footage-Genre eine große Pionierarbeit geleistet. Und ihr wisst ja durch mein Video, dass die Drehbedingungen sehr spannend waren. Die Schauspieler und Schauspielerinnen wussten nicht immer, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Sie mussten halt wirklich im Wald übernachten und haben hier und da immer wieder in so Boxen Anweisungen bekommen vom Team, vom Regisseur und so weiter. Schauen wir doch einfach mal, was ihr noch zu sagen habt. Konnte damals kaum hinschauen. Die Angst, sich zu verlaufen und vielleicht nie wieder zurückzufinden. Und dann wird man von etwas verfolgt. Und dieses Etwas ist ja auch ein sehr spannender Punkt. Das Team hat sich aktiv dafür entschieden, die Blair Witch, die Hexe, nicht zu zeigen. Im Dunkeln im Wald zu sein ist etwas, womit viele connecten können, was sehr viele gruselig finden. Und wenn man dann noch weiß, es gibt diese Legende und wir fragen ja auch Leute aus dem Dorf und so weiter. Und man hört immer wieder was nachts. Ich glaube, da hat jeder von euch, der schon mal zelten war, auch die eine oder andere Geschichte erlebt, ohne dass es da wirklich eine Hexe gab. Oder vielleicht doch? Das war schon mal ein guter Anfang. Machen wir weiter mit den gruseligsten Horrorfilmen aller Zeiten. Und da fandet auch ihr, dass der Babadook auf die Liste gehört. Darüber habe ich mich ziemlich gefreut. Denn wie einige von euch wissen, ist das einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Der Film entstand unter der Regie einer australischen Regisseurin und zwar Jennifer Kent. Und vielleicht habt ihr auch den anderen Film von ihr gesehen, The Nightingale. Ich finde, sie hat ein ganz großartiges Auge, Sachen visuell zu inszenieren, aber auch Geschichten zu erzählen. Und gerade bei der Babadook liegt der Focus natürlich ganz klar auf dem Geschichten erzählen. Es geht ja um diese märchenhafte Schreckensgestalt, den Babadook, wo wir mit der Zeit herausfinden, dass da vielleicht etwas mehr dahinter steckt. Und ihr sagtet, die Tatsache, dass man das Monster nie wirklich sieht, macht alles so mysteriös. Und die Schockmomente sind nie billige Jumpscares, sondern lange, verstörende Szenen, die den Horror voll auskosten. Dazu kommt die Tiefgründigkeit des Films. Es ist letztendlich alles eine Metapher für... Wofür wollen wir hier an dieser Stelle natürlich nicht verraten, aber ich glaube, wir sind uns einig, ein ganz intelligenter, gruseliger Film. Weiter geht es. An diesen gruseligen Horrorfilm aller Zeiten habt ihr bestimmt auch gedacht, und zwar The Conjuring. Die Geschichte um das Haus der Familie Perron ist wahnsinnig gruselig inszeniert. Mit den Warrens als Jäger des Paranormalen wird die Geschichte nochmal greifbarer, was den Film von den übrigen Genre-Kollegen abhebt. Da machen wir erstmal eine Pause. Also ich muss auch sagen, ich habe euch ja alle Filme des Conjuring-Universe oder Conjureverse zusammengefasst. Und ich muss auch sagen, Conjuring als erster Film bleibt einfach der OG. Der ist einfach immer noch gruselig, der hat sich immer noch super gut gehalten. Und ich finde auch, das, was das Conjureverse für mich immer so sympathisch und interessant gemacht hat, war einerseits dieser Grusel, der im Verlauf der Reihe vielleicht auch ein bisschen zu albern geworden ist, ein bisschen zu viele billige Jumpscares und so weiter. Aber gerade hier beim OG ist es immer die Kombi aus Atmosphäre und Grusel, aber auch diese emotionale Komponente. Und gerade auch diese Arbeit von ihnen mit der Familie, das hat mich auch immer wieder berührt. Und so hat man dann quasi immer so eine schöne Wellenbewegung aus Grusel, aber auch Emotionen. Und daher fand ich auch hier den Satz ganz schön, es gibt viele gruselige Filme, aber keinen, der seinen Bezug zur Realität so gekonnt in Szene setzt. Und ja, natürlich, da muss man ganz klar sagen, es wird ja immer gesagt, das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten. Und wir wissen, dass es die Warrens wirklich gab und dass sie zumindest behauptet haben, dass diese ganzen Sachen passiert sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man sich ein bisschen über die Warrens informiert, erfährt man auch, dass die nicht nur ganz coole Sachen gemacht haben. Und das ist alles so ein bisschen kritisch. Wenn ihr wollt, mache ich gerne mal ein Video zu der Hintergrundgeschichte von dem echten Fall. Ich bin mir nicht so sicher, weil True Crime und diese ganzen Sachen eigentlich nicht so mein Fokus ist. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet, ob euch sowas interessieren würde oder ob das Ganze dann schon so ein bisschen zu Boulevardesk ist. Auf jeden Fall bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, ob ich mich zu sehr mit der Realität sozusagen befassen möchte. Aber ich stimme auf jeden Fall zu. Es macht das Ganze gerne mal noch gruseliger, wenn man denkt, es könnte wirklich passiert sein. Okay, der nächste ist sehr interessant und zwar ist es ein Film von Sam Raimi. Nein, falsch gedacht. Und zwar Drag Me to Hell. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser vorgeschlagen wurde. Und da heißt es zu, das war für mich der erste Horrorfilm, bei dem mich die Jumpscares zu Tode erschreckt haben. Ich hoffe nicht wirklich. Gefühlt war er der Vorreiter für die Insidious, Conjuring und Annabelle-Filme. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mich so oft bei dem Film erschreckt habe. Aber ich fand die Idee einfach sehr, sehr cool, weil ich Filme mag, wo es um Flüche geht. Und hier geht es eigentlich auch um so eine Person, wo man das Gefühl hat, die kann gar nicht so richtig was dafür. Sie arbeitet eben in diesem, ich glaube, Bankjob und ist gerade noch ganz neu und versucht sich halt möglichst an die Regeln zu halten und nichts Falsches zu machen. Und dann kommt eben eine alte, gebrechliche Frau rein, die etwas von ihr möchte und sie kann ihr den Wunsch nicht geben. Und zur Rache verflucht sie sie dann. Und wie ihr euch bei Sam Raimi vorstellen könnt, sehr brutal und teilweise auch sehr eklig, sehen wir halt, wie sie im Verlauf des Films unter dem Fluch leidet. Und was ich sehr interessant fand, es gibt wirklich einige Theorien zu dem Film, wofür das Ganze stehen könnte. Und ihr wisst ja, dass ich sowas sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, ich werde ihn mir heute direkt nochmal reinziehen und vielleicht habt ihr ja auch Lust, das zu tun. Und bei euren gruseligsten Horrorfilmen aller Zeiten machen wir jetzt weiter mit Dead End. Ein Film, den glaube ich auch nicht so viele kennen, den ich aber auch ziemlich interessant fand zumindest. Da geht es eigentlich einfach nur um eine Familie, die in einem Auto unterwegs ist und irgendwo ankommen möchte. Aber sie kommen einfach nicht an. Sie fahren und fahren und fahren und man weiß einfach nicht, was da los ist. Sie erreichen ihr Ziel einfach nicht. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es im Verlauf sehr, sehr interessant ist, den Twist zu erfahren, was da eigentlich los ist. Und natürlich die Dynamik zwischen den Charakteren, wie sie immer wütender und angespannter werden, ist da sehr interessant. Und hier heißt es, diese Isolation auf einer nicht enden wollenden Straße, dazu dieser Kinderwagen und der Leichenwagen, der heimlich stumm und leise anrollt, ziemlich fieser Gruseler. Ja, muss ich auch sagen, kann ich wirklich nur zustimmen, weil man wirklich, man ahnt gewisse Dinge, aber man hat wirklich keine Ahnung, was da eigentlich genau vor sich geht. Und ganz wichtig, Lin Shay spielt mit. Immer ein großes Plus. Bei eurem nächsten Film ist es wahrscheinlich nicht sehr überraschend, dass er vorkam. Den haben natürlich einige genannt und er ist einfach ein Megaklassiker und zwar der Exorzist. Und da hieß es zum Beispiel, ich fand in diesem Film besonders schlimm die Kreuzszene im Bett, das Grün nicht erbrochene, dass er dann die Priester traf, die sogenannte Treppenszene und ganz generell die Verwandlung vom Kind in das absolut Böse. Bei der Exorzist werde ich natürlich auch irgendwann mal ein Video darüber machen. Da kann man einfach so viel drüber erzählen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es ist einfach ein riesengroßer Meilenstein und auch für mich neben es eines der Filme, die mich damals total verstört haben. Ich habe als Kind tatsächlich auch die Treppenszene viel zu früh mitbekommen und fand es einfach alles so schlimm und konnte mir nicht vorstellen, diesen Film jemals anzugucken. Natürlich habe ich es dann irgendwann getan. Und es ist einfach super interessant zu sehen, wie sich der Dämon immer mehr einschleicht, aber natürlich auch die ganzen religiösen Themen, die da drin zu finden sind. Und was bestimmt einige jetzt schon in die Kommentare schreiben, ja, die Treppenszene war im Originalfilm nicht drin. Die kam erst dann später durch den Directors Cut dazu. Das wissen auch nicht viele. Aber ja, ich finde es auch total spannend, dass es so viele ikonische Momente aus dem Film gibt, an denen man wirklich direkt denkt. Und das muss ein Film auch erstmal schaffen. Und ich denke auch heute immer noch eine ziemlich gute Gruselwirkung. Beim nächsten Film reisen wir kurz nach Korea zu Gonjiam Haunted Asylum. Diese kleine Filmperle habe ich euch natürlich auch schon auf Horrorzeit vorgestellt. Und es hat mich sehr gefreut, dass sie ihren Weg ins Ranking geschafft hat. Ich persönlich denke, ich habe den Film als so intensiv empfunden, weil er sehr authentisch ist. Es sind keine nervigen Charaktere vorhanden, die nichts Besseres zu tun haben, als in einem Lost Place blöde Sprüche zu bringen. Und genau, Gonjiam ist ein Found-Footage-Film. Es geht um eine Gruppe YouTuber, die ganz viel Geld machen wollen, indem sie ein mega gruseliges Video in einem Lost Place, in einem ehemaligen Krankenhaus oder in einer psychiatrischen Anstalt filmen. Und natürlich wollen sie alles stagen und es einfach nur so aussehen lassen, als wäre es gruselig, so wie bei diesen typischen Ghost-Hunter-Stories eben gängig. Aber sehr schnell merken sie, dass es wirklich passiert. Und ich kann auch nur zustimmen, ich finde, der Film ist deswegen so gut, weil er so authentisch dargestellt ist. Ich habe mich wirklich richtig, richtig krass gegruselt, vor allem bei der Szene. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Leute in diesem Setting Angst haben, sie machen keine blöden Sprüche, sie verhalten sich authentisch. Und der Aufbau von dem Film ist einfach sehr gut gelungen. Und ich hatte an dem Abend wirklich Angst, auf Toilette zu gehen. Und das schaffen nicht so viele Filme. Kommen wir zu eurem nächsten Film. Und diesen haben sehr viele von euch genannt. Und zwar ist es Hereditary. Weil er filmisch genial ist, von Sekunde 1 an Suspense und Spannung aufbaut, sich in den Miniaturen schon die Handlung des Films spiegelt und weil er genial gespielt ist von allen beteiligten Schauspielern. Und noch ein weiterer Kommentar. Von Anfang an hat mich dieser Film gepackt. Noch nie war ich von einem Filmtod so geschockt. Ich muss auch sagen, Hereditary hat mich damals im Kino wirklich weggeblasen. Es ist einfach so ein unfassbar komplexer Film. Man kann so viele Dinge darin finden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang nicht alle Zusammenhänge verstanden habe. Ich musste dann auch ganz viel recherchieren und habe auch erst mal den Film für mich erklärt. Und sowas liebe ich ja. Sowas hat man nicht oft, dass ein Film einem einfach so viel entgegenbringt. Und grundsätzlich ist das Ganze ja ein Familiendrama. Toni Collette in der Hauptrolle als Mutter. Und man merkt sehr schnell, hier haben Leute über Generationen Leid erfahren. Und geben das vielleicht auch weiter. Oder können es auf jeden Fall nicht schaffen, eine liebevolle Beziehung zu ihrer Familie aufzubauen. Und dann gibt es direkt am Anfang diesen unfassbar heftigen Schicksalsschlag, der einfach auch visuell einfach ein großer Schock ist. Und es wird eigentlich auch immer noch schlimmer und schlimmer. Und dann kommt auch noch ein Kult hinzu und dämonische Aktivitäten. Und ich muss daher ganz klar sagen, dass Hereditary für mich auch einer der allerbesten Horrorfilme aller Zeiten ist. Und auch sehr gruselig. Es kristallisiert sich so langsam heraus, dass ihr Found Footage sehr gruselig findet, was ich ziemlich gut finde. Denn auch Rack ist einer eurer gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten. Weil man die gesamte Story aus der Sicht des Kameramanns, einer Reportage und somit auch aus Sicht der Gruppe miterlebt. Dabei wird außerdem eine permanente Spannung aufgebaut. Außerdem findet der Film überwiegend nur in einem Gebäude statt. Am besten weiß man vorher nicht genau, worum es geht, wenn man den Film sieht. Muss ich auch sagen, ich werde auch auf keinen Fall zu viel verraten. Alles fängt relativ harmlos an. Man sieht diese News-Sprecherin. Ach so, ich habe ihn übrigens im spanischen Original gesehen. Es gibt auch noch ein amerikanisches Remake, was aber eins zu eins ist. Also man sieht diese spanische News-Reporterin, die halt eben ihren Bericht macht. Alles scheint ganz normal. Und dann erfährt man nach und nach, was da eigentlich los ist. Und durch diese wirklich großartigen Found Footage-Einstellungen, die richtig kreativ sind. Also es ist nicht nur dieser, der hier, ich filme mein Gesicht im Close-Up. Sondern wirklich viele tolle Kamerapositionen, Wege, das authentisch so zu platzieren, dass es auch immer Sinn ergibt, dass gefilmt wird. Das ist ja beim Found Footage oft ein Problem. Und daher natürlich eher ein Film, der sehr viel Terror auslöst, Schock. Aber natürlich auch gerade zum Ende hin sehr viel Anspannung, Grusel. Und ihr werdet euch sehr erschrecken. Was ich sehr spannend fand, sehr viele von euch haben einen Film genannt, der auch bei einer dieser Studien, die ich am Anfang genannt habe, als gruseligster Film aller Zeiten genannt wurde. Und zwar ist es Sinister. Die Jumpscares mögen vielleicht etwas banal sein, sind aber effektiv. Was den Film so gruselig macht, ist die Atmosphäre, die durch die Geschichte und das Mysterium erzeugt wird. Die Spannung ist so bedrückend wie in keinem anderen Horrorfilm. Sinister ist für mich wohl auf ewig mein Platz Nummer 1, wenn es um Horrorfilme geht. Musik sowie Atmosphäre und Handlung sind für mich einmalig und haben ein prägendes Gefühl hervorgerufen, was mir zuvor oder auch danach ganz selten widerfahren ist. Und es gibt noch mehr, denn wie gesagt, Sinister fanden wirklich sehr viele von euch den gruseligsten Horrorfilmen. Eine wunderbar schaurige erste Hälfte. Die Pseudo-Mutfilme waren sehr glaubwürdig produziert. Dann kam der Slipknot-Sänger-Dämon ins Spiel und zog das Ganze leider etwas ins Lächerliche. Generell haben Horrorfilme oft ein Problem mit der Landung im dritten Akt. Sehr schön, dass wir da auch mal ein bisschen Kritik reinbekommen. Also ich muss sagen, ich mag Sinister auch sehr gerne. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, vor allem der Einstieg mit dem Autor, der einfach da hinfährt, um sein True-Crime-Buch zu schreiben. Und natürlich erinnert das alles auch so ein bisschen an Stephen King und an so diese ganzen berühmten Autoren. Und dann findet er eben diese verstörenden Super-8-Filme. Und sorry, die sind einfach automatisch gruselig, egal was die zeigen. Es ist schon immer so eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man diesen Projektor einlegt und so weiter. Aber dann sieht man die Filme und denkt sich einfach nur, wow, oh mein Gott, ist das gruselig. Und ich glaube, es ist deswegen wirklich kein Zufall, dass so viele von euch diesen Film allzu gruselig empfinden und auch diese eine Studie. Denn der Film ist einfach gruselig. Aber ich muss auch zustimmen, dass ich den Bagul, das große Monster in dem Film, zum Ende hin etwas albern finde und auch wie das Ende abgelaufen ist, ohne jetzt zu spoilern, fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Das habe ich euch ja auch schon in meinem Ranking vorgetragen. So oder so, wenn ihr mal einen wirklich gruseligen Filmabend machen wollt, schaut euch Sinister an. Als nächstes hattet ihr etwas im Köcher für all diejenigen, die Angst vor engen, dunklen Räumen haben, und zwar The Descent. Auch ein Film, den glaube ich nicht so viele kennen, aber meiner Meinung nach auch ein großartiger Film. Und da hieß es, weil dieses Szenario, irgendwo in einer unerforschten Höhle zu sein, mit dem Gedanken, nie wieder rauszukommen, und dann auf solche, was auch immer zu treffen, einfach nur krass ist. Die erste Hälfte von The Descent hat mir ordentlich Gänsehaut bereitet. Das Gefühl von Platzangst hat der Streifen extrem gut eingefangen. Die actionreiche zweite Hälfte fand ich regelrecht entspannt dagegen. Es gibt also einige unter euch, die so enge Räume sehr, sehr gruselig finden und, ja, enge Höhlen. Und genau, bei The Descent geht es eben um eine Gruppe junger Frauen, die sich auf eine Klettertour in einer Höhle aufmachen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, bleibt es nicht nur bei den bedrohlichen, engen Gängen und Passagen in dieser Höhle, sondern sie treffen auch oft ziemlich heftige Monster. Und ich weiß noch ganz genau, als ich den Film damals geguckt habe, in meinem neuen Quadrat WG-Zimmer, ich weiß es noch ganz genau, True Story, habe ich so laut geschrien, dass mein damaliger Mitbewohner mir geschrieben hat, alles okay bei euch? Warum schreist du so? Und ich nur so, ich gucke den unheimlich krassen Haucher-Film. Ich weiß auch nicht. Damals hat mich das auf jeden Fall irgendwie total mitgerissen und es war super gut geschauspielert. Es war, es sah vom Bild her toll aus, ganz, ganz tolle Einstellung. Und zumindest damals haben mich auch die Monster sehr stark gegruselt. Ich könnte mir forschen, dass mich heutzutage wahrscheinlich auch eher diese beklemmende Atmosphäre mitnehmen würde. Aber The Descent, wirklich unbedingt, packt den ganz oben auf eure Watchlist. Da kann ich euch nur zustimmen. Wirklich ein toller Film. Ich hätte schon etwas Sorgen, dass wir gar nicht mehr nach Japan kommen, aber doch. True on the Grudge 2. Ich finde Kayako von der Mimik und vom generellen Aussehen hier besonders furchteinflößend. Und der Film hinterlässt auch das Gefühl, dass einen selbst in alltäglichen Situationen ein derartiger Fluch ereilen könnte und sich etwas Bedrohliches hinter der nächsten halbgeschlossenen Zimmertür verbirgt. Das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Beschreibung. Die Grudge-Reihe habe ich euch ja auch komplett zusammengefasst und ich bin froh, dass ihr das auch so seht, dass die natürlich ganz unbedingt in eine Liste der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten gehört. Und ich finde auch, dass The Grudge das noch ein bisschen besser dargestellt hat oder ich konnte da noch mehr eine Verbindung mit finden, dass es sich wirklich um einen Grollfluch handelt. Und genau wie der Kommentar auch sagt, dass man das Gefühl hat, das könnte einem auch passieren. Dadurch wurde der Horror noch realistischer und wenn dann Kayako erscheint, ich glaube, diese Szene haben wir alle sehr genau in unserem Kopf. Und dieser Grusel, der anfangs vielleicht noch etwas subtiler war und sich nach und nach aufbaut, wird dann richtig prominent. Und The Grudge gehört für mich natürlich ganz klar zu den gruseligsten Horrorfilmen aller Zeiten. Welche gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten haben wir vergessen? Schreib es mir sehr gerne in die Kommentare und gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bei der nächsten Horrorzeit. Genieß die Furcht!